Eine Frage, Herr Schrader, was zeichnet denn eigentlich einen guten Investor aus? Dass er ein gutes Unternehmen findet, ist das eine. Das ist aber nicht erfolgsentscheidend. Erfolgsentscheidend ist auch, dass man den richtigen Preis dafür bezahlt. Und zwar ein Preis, der nicht darauf setzt, dass man einen anderen, in Anführungsstrichen, Idioten findet, der demnächst mehr dafür zahlt, sondern ein Preis, der durch hervorragende wirtschaftliche Aussicht und zukünftige Gewinne gerechtfertigt ist.